Hey, ich wollte einfach nur kurz fragen, wie es dir geht. Also, falls du das überhaupt bist, Pauline. Das wäre lustig. Also im Sinne von gut lustig. Willst du auch noch was essen? Ich esse nicht mit Menschen, die ich erst seit ein paar Stunden kenne. Ist mir zu intim. Ich bin schwanger. Ich kann mit dir kein Kind haben. Was? Meine Mutter ist der Teufel. Hast du wirklich geglaubt, dass du deine kleine Freundin beschützen kannst? Das ist das Schlimmste, was in der Welt passieren kann. Deswegen hat es dir auch diese Kräfte gegeben. Das ist wie ein Exorzist bei euch in der Ausgreifung. Nicht anfassen! Pauline, das ist viel zu gefährlich. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich da einnimmst. Ich bin echt ein netter Kerl. Du bist literally der Sohn des Teufels. Ich habe ein Monster an meinem Bauch. Ready or not, here I come. Ich bin echt ein paar auf British- Geschäftsweg. Deswegen kann ich in der Fortune in der Aus phrases gehen. Ohhh! Wenn ich mit mir verhalten, bin ich hier Wildlife-Europier. Vielleicht is ich bei einer não Nummer-Filfe? Ich bin echt gross. Vielen Dank.